ja willkommen mein name ist der nilb und ich begrüße euch zurück zum let's play kingdom art 2 final makes a goofy ist am steuer betrunken schon wieder in der letzte folge haben wir halloween town abgeschlossen und wir stehen jetzt vor der letzten welt die wir erledigen können auf der weltkarte und zwar das gewalt land obwohl eigentlich nicht wir müssen ja nur atlantiker machen und wenig puzzelt okay muss man irgendwie ins tagebuch um zu gucken ob wir mal hinten und hinter atlantiker von mysteriös ja gehen wir zum todengeweihten land und todenton geweihten todesgeweihten des todesgewalten land oder bei dem ton geweihten land egal als wir können ja rufen nicht aufleveln egal ja 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 Oh, ich verstehe es nicht. Er ist immer am Lachen. Das ist genug. Gehen Sie, schau dir selbst. Simba ist ein Wischi-Washi-Krug. Ja, ich betrachte jetzt, dass sogar einige von diesen hohen und leidenden Lionessen wir wünschen, dass sie sich einen anderen Rang hatten. Gorge, was denkst du, könnte passieren? Na, lass uns Simba finden und sehen. So heißer. We better tell Simba about this. Weil auf dem Königsfelsen, ach, kommt es denn darauf? Man sollte der König auf dem Königsfelsen sein, lass mich mal ganz kurz. In Sandkobin, ja, nur wie auch immer, man hat teil ausspricht. Ausrüsten. Es ist verdammt stark. Hat Komboabschlussbrust. Den sollte ich auch jetzt kann ich hier so benutzen. Was machen wir? Na, der Neues. Google, wo ist Herr damit? Ah, hier. Und ja. Es wird viel mehr Sachen gibt. Nein. Oh, ich habe, glaube ich, sowieso Krumbo plus als Löwe, ne? Die hergekommen, um sie mal zu treffen. Wir haben das Gas als Geist gesehen. Wir sind nicht verrückt. Ein solches Omen kann nur ein Vorwort für das Ende unseres geweihten Landes sein. Und dennoch, König Simba will nichts unternehmen. Hat er jetzt gar nicht Nala. Die Tatsache allein, dass er der Sohn des großen Königs im Pfarrer ist, bedingt wohl. Nicht notwendigerweise, dass er bereits über das Königreich zu herrschen. Vertrauen in Simba wird sich irgendwas überlegen. Jetzt hat er seine Überlegungen im Tag, äh, 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 Überlegungen im Tag folgen lässt. So wie er seinem Vater es getan hat, er hat mit Mut und Stolz geherrscht. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Der große Mufasa. Das ist immer mit all das tun. Äh, du wirst schon sehen. Ich bin also nicht sicher. Warte, ja, ich werde mit Simba reden. So ein Pferd so bleiben. Simba muss über ihr voller Pferdland hier herrschen. Während Mufasa, weil er nicht so ein... Ah Gott! So ein saftiges Grün und so was alles hier um sich hatte. Das ist jetzt nicht gerade fair. Das ist jetzt halt drin überhaupt. Ich hab jetzt gar nicht aufgepasst. Ah! Mein Kopf ist schon wieder fünf Kilometer weit weg. Du kamst zurück. Und du bist okay? Du siehst nicht so gut. Hey Simba! Warum können wir nicht zusammenarbeiten und machen etwas über den Skar-Ghost? Es scheint, dass alle Angst haben. Also, jetzt ist deine große Chance zu zeigen, was du wirklich gemacht hast. Ja. Das ist nicht schade. Das ist nicht um die Frage! Nein! Das ist gut. Es ist gut. Ich wollte nur wissen, was ich weiß, was mein Vater tun würde. Aber er ist nicht hier, Simba. Das ist alles für dich jetzt. Und das bedeutet, dass das wichtigste ist, was du machen sollst du als König sein. Nicht was dein Vater hätte getan. Also, du sagst, das ist alles für mich. Vist du? Da geht's. Hey, Jakob! Wir wissen, dass dein Vater ein großartiger König ist. Aber jetzt ist es dein Turnier. Erinnerst du was ich dir? Du musst die Vergangenheit hinter dir. Es ist Zeit zu gehen und zeigen allen, dass alles gut sein wird. Ja, du kannst es. Du musst leben für heute. Und finden dein eigenes Weg. Leben für heute. Und finden mein eigenes Weg. Nicht mein Vater. Das ist es. Ich bin froh, dass du das sagst, Simba. Ja, ja! Was? Ich bin froh, Simba. Und so ist unser Baby. Was? Wir waren noch gar nicht zu lange weg. Hm. Great. Jetzt werden wir die Babysit. Was? 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 First. I'm sure he'll be able to tell us something about that ghost. Sturm auf. Ich glaub, hier man rennt und dann angreift, ne? Ja, komm, Gufi. Ah, das ist ja schon, oder war ja auch hier. Aber ich bin mit meinem Kopf gerade woanders. überlegt ob die ganzen segmenten sind eines in twilight town in die fliege 25 eine ist in twilight town noch eine ist im schloss des biests und wahl hat alle im lagen sehen wir haben sexieren da kann man noch einstellen und wenn wir es vor der könig will er endlich seinen weg gehen ich denke schon es wird etwas über das gas geist erzählen oh ja der geist wie so ein körper ist entsteht wenn das böse zurückgelassene herz von scoff das zürgerne herz von simba trifft zürgernd wo du denkst das trifft nicht auf die zu dieser geist erinnert irgendwie an einen herzlosen ich weiß nicht wie du stellst guffin frage richtig du weißt es nicht aber du weißt dass es furchteinflößend ist und das ist angst in den herzen aller im weiten land erzeugt du musst gleich nicht wissen was es ist aber trotzdem existiert ist soweit voll von der artigen dingen diesen dingen muss einen könig entgegentreten das ist die prüfung der du die stellen muss simba das ist alles kommt schon du musst uns doch wer über den geist erzählen können sagen können nein heute nicht auf den empfangen vielleicht mehr was das ändert auch nicht es gibt wenig dass wir was der gegenwärtige sind mal ausrichten kann das ist sowas nicht nicht jetzt wo er weit ist es zu versuchen sein kopf mag bereit sein aber was ist mit seinem herzen das ist gut sein so abbrechen wir zum endelpfannen vielfrau der affe hat doch keine ahnung von was er redet ja nicht die extreme weisheit die zum beispiel goofy hat gut ich bin echt gespannt was die mit goofy in king max 3 machen der immer noch voll die weiseste und klügste personen vor allem ist in welchem universum macht das sinn blöd machte viele boden kombus also ich muss auch am boden ein bisschen mehr kämpfen mit freigabschne ja ich dem ausgleichen wird gesehen du wolltest dich drehen ich habe gesehen da kommen wir nicht dran immer noch gerade sechs jahre und lachen wenn man noch alles sind schön wenn man kämpft wie sie meist kaputt gibt noch engens hier zwei fallen mir gerade noch einen aber ich meine da war noch eine noch eine person oder natürlich auch irren ja wir mal noch die tagbuch hier wir waren auch schon mal ja ja komm mal hey du kannst uns allein die probleme probleme auf rechten seite der was soll man da hatte ich wir es auch haben stellen sie bahn sei und hat für mein kombo der gewählte also gar nicht hier bleiben ja ich doch nicht die teile hallo was wir gelangen kombo abschluss muss machen hat vom abschluss fußen war erst mal ein andere naja 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 da ist jetzt dran man bleibt hier es ist etwa nie was elbany sollte eigentlich wissen als einer meiner liebsten serien man ist mal schon immer gas ich krieg mein kombo abschluss muss mich hin wird immer noch leid wie so an inseln sind das weg es ist weg wobei der andere leben einfach gebrutzelt mit köter am straßenrand zu jetzt krieg ich aber da kommst du ja immer wieder zurück ich bin also es war ausgezeichnet und es wie wir früher sprit ausgesprochen das geht natürlich was wir tun? wir sind sehr gut Simba, mach etwas! Wie fühlt sich das King zu sein? Warum? Du musst wirklich inspirierst sein, Ravina. Nach allem, du bist der Sonne der großen Mufasa. Wo gehst du? Ah, Simba, weg wie immer. Simba! Ja, du bist richtig. Du meinst, Simba ist nicht sicher? Das sieht so aus. Du denkst, dass wir irgendwie helfen können? Wir sollten mit Simba reden und sagen zurück zum Gewalt. Lass uns zurück zum Prideland gehen. Okay, lieber. Was? Wir sollen mit Simba reden und sagen zurück zum Gewalt Land? Was? Ich bin ganz im Weg zurücklaufen. Sonst hätte ich Bock drauf. Ich habe vier Voten. Simba? Also, er ist nicht gelaufen. Ich wusste, dass es nicht einfach für ihn sein würde. Um sich seinen Ängsten zu stellen, muss er an einen Ort geben, an dem er darüber nachdenken kann, was er zu tun hat. Und nicht, wo andere, was andere von ihm denken. Man muss, du hast nicht gleich gesagt. Aber wo ist denn mal jetzt? Ich weiß, es ist erst bei der Oase. Dazu bin ich doch am liebsten. Es kann alles sonst nachsehen. Ich zeige euch den Weg. Oh nein, das wirst du nicht. Sieh mal richtig, doch auf zehnmalen gegen den Wind. Und wenn er schlau ist, dann nimmt er auch alles raus. Oh, kann sein. Übersetzung, du stinkst. Ich brauche nicht so esprit. Dann habe ich ihn jetzt aber bekommen. Ach ja, es ist wahr. Ja, warum habe ich den nicht schon vorausgerüstet? Ich sage daran, warum habe ich den nicht schon vorausgerüstet? Ja. Stimmt nicht, wo ist er eine? Ja, 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 ja. Ja, 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 er ist mal irgendwie passiert. wir nehmen an ich glaube komme plus nehmen aber noch aber irgendwie zuviel gekommen ist finde ich doof aber man muss ja alles mit abschluss combo abschluss hier machen jetzt war ich mich warum taucht es gab bei uns auf ich dachte taucht auf den simba mit dem konfrontiert wird und doch der netz bei uns auf ich schaue ich den charmeur an ja ich glaube das klingt ganz schön viel ab ja mein gott gute werte für donald die ganze zeit sachen hier meine am leben okay du hast jetzt schon wieder drei zauber auf einmal ein bin ich auch wir haben gehört weiß lieb was er danach kommen wird wollte schon auf den meisten beim berg weiß ich kenne ich am wenigsten so von den content her da bin ich am liebsten bei uns auf total ist bei simba auch das kommt schon ab ohne sonne krieg w machst du da sonst keinen drehenden fahrrad blöwe in der könig den dschungel das was mächtige mächtige jäger der tiefsee dass ich nicht lache aber du lässt dich nicht beeindrucken hat statt für ja oh gott alter der solange doch 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 von darunter das ist nicht von mir weg lenken ihr leute ich kann gar keine kombo abschluss angriff machen glaube ich obwohl es geht überhaupt da kommen wir plus ausrösten man setzt magie kombos 1 zittert dann auch man auch drei vier mal die seite nämlich nicht so aus hat er hat mir schon gedacht aber sonst jetzt hier hat er schon so aus da hat euch so gedacht ne okay also ein weg platt gemacht weiter geht und da liebte in seinem mitlauf kreises genau wie herr kreis und behauptet ihm zu suchen das war gar keinen sinn warum bist du hier wenn du bei simba bist und sagt eigentlich man spielt extra oder wie um mich zu verwirren einfach instant kill hit so nenne ich den angriff da ist es halt wie reichlich von lab hat reich von der lab danke hat er kam ausgezeichnet oder volle möhre durch rennen noch angehalten von die sekunde um alle zu töten ich meine k.o. zu schlagen ich würde niemand irgendjemanden simba es ist noch nicht ich werde nie der reich mein Vater war aber simba das ist nicht was du sollst du sein du kannst du Mufasa du kannst du nur dich jeder glaubt in dich als reich sie wollen nur sehen was du und wenn jemand sagt sie lieber dein Vater besser es ist weil du noch nicht getan hast das ist alles ich weiß das dann stopt moping und mach etwas ich kann ich kann ich kann du bist 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 der 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 uns gerade einfach da gestanden hat was ich reden lassen okay ich bin sehr glücklich dass ich Freunde stehen bei mir und mir klar sehen mein Vater war nicht so glücklich da du wieder gehst ich meine, alle hier und in der Prideland wollen mich zu zufrieden Sora, Donald und Goofy Das sind zwei Arbeiten. starke die breitleins alle hälte aber wer hat auch sie nicht so little simba all grown up in einiges place in the world nice try you're coming to bohrt ja fast sagen wir nicht mehr bis den ganzen weg okay klingt nicht so gut ganze weg zurücklaufen ich habe vier foten da dauert also vier mal länger was sagt der geist schon bei denen auf ich komme ich komme ich bin ich bin ich bin ich bin Got wrecked. ja das sieht nicht so gut aus auf geht's auf auf und auf den weg also jetzt wagen wir den weg zu stehen ja jetzt werden wir mal gegen den größten boss im gesamten spiel das ding du hast mehr als ich habe ich gerade gesehen dass sie den pro von ihnen versteckt hat also einfach gestört hier kurz ich habe meine an schön abteilen aber menschen ein vertreib durch das mal an ja schon fast alles erledigt warum schaffen wir es ein angriff von diesem fiel ich einfach mal so ab zu blocken erfolge stört wie schon gleich weg das ist aber was vielleicht so lange in der luft dafür der kampf so riesen ausmaßes ist haben wir ja hier auf voll schnell den kampf gleich erledigt also reihe reihe start wir kommen ja fuß der zehntausend mal größer ist als ich einfach gestört kombo muss genau ein das gibt es auch nicht nein aber hatte ein blitz noch und du bist weg ja hier geblieben so oder angefordert warte 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 war einschlag oder so ja jetzt element ausgezeichnet da wird so ein riesiges fisch war der kampf ganz schon einfach oder der fett unter und darunter total herz auch wenn man jetzt mal gegen so riesige herz kämpfen würden dann wird spiel ganz schön schwieriger mal was war nachdem simba seems fine now the king has returned the friedland will not forget king simba's courage oh the courage of those who fought beside him do you think your quest will ever be over i don't know but i think as long as the keyblade stays with me i'll have to keep fighting ah the struggle never ends that is the great circle of life never ever the secret to victory is a strong heart go on go on go go then go on get out yes yes it is time your fight continues schön dann bleibt jetzt eigentlich nur atlantica wir sollten jetzt eigentlich alle voraussetzungen erfüllen und dann denken das bin ich und dann müssten wir eigentlich schon alles erledigt haben vor wir uns zur letzten welt ja mache ich ja auch schon geöffnet ist mehr oder weniger so eine neue person jetzt okay dann müssen wir auch noch was machen trans welt genau oh gott aber ich würde sagen dass jetzt manchmal atlantica oder wissen ja ich muss mal nachdem ob wir alles schon zur verfügung haben um da durchzukommen da gibt es hier noch so ein cup den wir machen müssen mal kurz hier so durch gibt es hier noch irgendwo hier gibt es noch eine violette oh nein oh gott ich wusste das ist doch da können wir die als nächstes machen oder wir waren erst atlantica keine ahnung wir machen irgendwas in der nächsten folge in diesem spiel ich bedanke mich jedenfalls herzlich zu schauen und sagen tschüss bis zur nächsten folge bis zum nächsten folge